Genau eine der folgenden Rechnungen ist richtig. Welche ist es? Und dann könnt ihr hier fünf Rechnungen sehen. Was meint ihr? Herzlich willkommen zu Jagdmister X. Ich möchte mit euch die Aufgabe A5 des Känguru-Wettbewerbs 2001 für die Klassenstufen 3 und 4 lösen. Wichtig ist, wenn ihr solche Rechnungen überprüft oder auch wenn ihr solche Rechnungen ausführt, dass ihr immer an die Vorrangregeln denkt. Also immer Klammer vor Punkt vor Strichrechnung. Klammer vor Punkt vor Strichrechnung. So und wir werden uns jetzt die einzelnen Rechnungen mal anschauen, welche von denen falsch sind und welche richtig ist. Und ihr könnt mir dann später einmal in die Kommentare schreiben, was sich die Kängurus bei den falschen Rechnungen überlegt haben. Denn ihr werdet sehen, die Kängurus haben sich etwas dabei überlegt, aber es sind immer falsche Gedankengänge dabei. Und ich würde mich freuen, wenn ihr mir die später in die Kommentare schreibt. So, also A12 geteilt durch in Klammern 4 plus 8 soll 11 ergeben. Klammerrechnung zuerst. Das heißt, wir müssen zunächst diese 4 plus 8 rechnen. Das ergibt 12. Und dann teilen wir 12 geteilt durch 12. Und das ergibt 1. Also sehen wir schon einmal, diese Aufgabe, die ist falsch. So, dann schauen wir uns einmal B an. 8 mal 2 plus 3 ist gleich 40. Punktrechnung vor Strichrechnung. Das heißt, 8 mal 2, das gehört zusammen. Das müssen wir zuerst ausrechnen. Und 8 mal 2, das ergibt 16. Und dann plus 3. Und das sind 19. Also ebenfalls falsch. B kann auch nicht die richtige Antwort sein. Dann C. 2 mal 3 plus 4 mal 5 ist gleich 50. Auch hier gilt Punktrechnung vor Strichrechnung. Und ich kann euch empfehlen, dass ihr hier immer solche Bindebögen einzeichnet. So kann man sehr schön sehen, was zusammengehört. Wir müssen also zunächst 2 mal 3 rechnen. Das ergibt 6. Dann plus 4 mal 5. 4 mal 5, das sind 20. Und 6 plus 20, das ergibt 26. Also auch diese Rechnung ist falsch. Dann D. 10 plus 8 geteilt durch 2 ist gleich 14. Klammerrechnung zuerst. Also 10 plus 8. Das ergibt 18. Und das müssen wir durch 2 teilen und erhalten 9. Ebenfalls falsch. Streng genommen könnten wir jetzt aufhören, denn beim Kengo-Wettbewerb gibt es ja immer genau eine richtige Antwort. Wir haben gesehen, dass A bis D, diese Antworten sind falsch. Also muss E die richtige sein. Aber weil uns das so viel Spaß macht, überprüfen wir hier noch einmal die Rechnung. 18 minus 6 geteilt durch 3. Punkt vor Strichrechnung. Ich zeichne hier auch noch einmal so einen Bindebogen ein. Wir rechnen also zunächst 6 geteilt durch 3. Das ergibt 2. Und wenn wir von 18 2 subtrahieren, also 18 minus 2 rechnen, dann erhalten wir tatsächlich 16. Also richtig gerechnet. Und damit ist E die richtige Antwort. Und ihr schaut bitte, wie gesagt, einmal nach, was haben sich die Kängurus hier gedacht. Also wie sind die auf 11 gekommen? Wie sind die auf 40, 50 und 14 gekommen? Und da bin ich einmal gespannt auf eure Ideen. Die können ruhig fantasiereich, die können ruhig lustig sein. Und für die beste Idee, da lasse ich mir etwas einfallen. Alles Gute, alles Liebe, euer Jackmister X.